Moinsame Leute und jetzt hier kannst du jetzt bei Wampastown 2 Verlassingblatt, Höhle des Ursprungs Na schön, es ist soweit, jetzt machen wir dem Kleidengarn aus Saaron hat lange genug gewütet, wir müssen ihn ausschalten, ausstechen Ey, Rasklan, was interessiert es mich? Am Ende bleiben sowieso nur wir übrig Wir dürfen nicht scheitern, dieser Aaron würde nur einen erneuten Euro-Zug in Gang setzen Diesmal gibt es keine Gnade Gehen wir, mich kribbelt es in den Fingern Ich gehe übrigens stark davon aus, dass Fluchtmagie in dieser... Ja, das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt Wir sollten also bestens vorbereitet sein, ehe wir sie betreten Ja, das bin ich sehr wahrscheinlich nicht Lass mich raten hier hinter Nein, aber da ist ein Armand für Sina, oh du Armand Ah, guck mal, da glitzert auch nochmal was Hey, hier ist ein Schalter in der Wand versteckt Wow, gut auf den Fassball nach, er hat so krass geglitzert wie Edward Wir speichern nochmal Ja, ich habe mich immer noch nicht um die Statusprobleme gekümmert Oh, fuck you Oh, fuck, fuck Okay, ähm Naja, es sind letzten Endes ja nur um irgendwelche billigen Menschen, oder? Oh, die sind golden lackiert, das gefällt mir Ja Battlen Komm, klatsch weg Shoot Lichtsphäre, oh nee Oh nein, nicht geblendet Kann ich nur noch Magie wirken Oh, das ist nicht so schlimm Zauberen Weiß ich nicht, irgendwie wird wie Genova oder so Bitch Explodier Okay, die sind ein bisschen zäh Ist blöd Oh, okay Hätte ich mir denken können, dass da Licht nicht wirklich gebringt Schlecht Hm, vielleicht ich doch mehr auf Statusmagie gehen soll Schwarz Feuer Komm, der Knusperkollege muss doch jetzt mal hier, ähm Ja, endlich Geh wieder Naja, besser als nix Asuka, machen wir hier starker Asuka wieder Für alle Ah, wir können wieder sehen, perfekt Dann, äh, Elaine einfach nur Weil es kann Lauf dir mal aus, den Kollegen Na, na Na, aussorgen War wohl nicht, ne Wir waren gerade nicht im Angebot Alles klar Ähm Das wird spaßig Sechs Ebenen, ne Mhm Cool Das ist eine Statue von irgendjemand Ist das von, ähm Asmus' Vater? Wart mal Krass, Mucke Okay, das dauert ein bisschen Ja, perfekt Nur, der ist wieder frisch Da gibt's keinen Kommentar dazu Okay, Opa Gedutscht Dodgy Dodgy Boy Fuck Kann ich hier Rüstung mitnehmen? Nein Kann ich hier mich ausruhen? Nein Aber ich kann mir schon mal eine Kiste mitnehmen Na, nice Speierschein? Das ist super Scheiße, Zuflucht funktioniert hier ja gar nicht, ne Oh, nö, 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 nö Nö, nö, nö Komm her Komm her Komm her Um's Feuer herum Ich bin Rumpelstitzel Lell Nolpe Oh, shit Warum kann ich den Trank dann nicht nehmen? Komm, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass er einfach irgendwie Dekoration ist Magic Potion for safe Satia, wie Okay, kein Geheimbrang Oh, Junge Hey, 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 hey Komm Komm, hol das Lass mich raus Ich spiel den Cowboy und ihn Ja, fuck Na Na, 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 na Ist auch eine Möglichkeit Hier durchzukommen Oh, voll entschärft Nice Irgend ein Schwert Warum kann ich den ganzen Schwert nicht mitnehmen und verhökern oder nutzen? Das sieht voll imbar aus, das Schwert Oh, voll entschärft Oh, hier sind Treppen Treppen sind immer gut Ähm, der Opus war nicht so geil Hey, hey Hey, komm her Hey, hey Du, möchtest du vielleicht ein O kaufen? Oh, fuck Shit Die Kackpflanze Und die sind blau Die sind eingefroren Wir müssen sie wärmen Irgendwie gut Elayne Hör mal den Puls Blutkomete Warum können Blutsäure Oh, nö Die können sich regenerieren Okay, die sind aber nicht so stark Das ist gut Magier sind irgendwie Im Schnitt immer schlecht, ne Genau wie Heiler Die können nichts anderes Als die Gruppe zu tragen Immer in etwas Dann sind nur die Ritter stark Was, voll schön Alter, unterirdische Tannen Wie geil sind das? Oh, oh Schild Die strenger Heiler Dystox Führer des Schlosses Ardors Kann ich kaputt machen? Kann ich hier schwimmen gehen? Ach so, ne Wir sind immer noch hier Tannenbäume Geil Wie ist das möglich? Schick Das ist jetzt meine Truhe Stein der Weisheit Nicht der Weisung So, Unterschied Harry Potter Weiche zurück Oh, nö Ich wollte schon sagen Nicht, dass ich hier wieder Irgendwelche Greinwände aussuchen muss Oh, ich stelle mal vor Ich würde den da in die Nahrung kaputt machen Und würden die hier unten filmen machen Oh, nö Nein 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 Shit Nur für ne Truhe Teufelsphäre Okay, 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 okay Ho, ho, ho Fuck Oh, fuck Das wird jetzt übel Das wird nicht gut Einen Gegner, ne Aber Grundschaden 600 Okay, bringt's nicht Fickt euch doch Ähm Ne, dass du so lange da Angreifen kannst, wann er Sonst doch anreifen Ähm Starker Hang Wie sieht's aus? Eis Shit Elaine Du weißt, was du tunest Heile deine Gruppe Sei der Mage Das wird noch richtig lustig Nicht Wasserphären Was ist denn kaputt mit euch hier? Stirb, sterbi Stirb Füße-Schein-Gruppe sind irgendwie stärker Hier nochmal normale Heilung Und dann musst du auch nochmal Vielleicht wieder ein bisschen süppeln Die gute Dame Nice Die Musik ich finde ist ein bisschen sehr Die ist schön Aber die ist Die passt nicht so Weiße Die ist mehr so Sehr ruhig Sehr Ähm Kannst du gut nutzen Wenn du zum Beispiel so ein Thronflug Bei irgendein Gebiet hast Mit Bergen So ein Schneegebiet Oder so Und Tannen Und alles Das ist halt Das schmeichelt Dem das passt Finde ich Mehr dazu Als so ein Kampf Aber das ist halt Subjektiv Es ist Es muss auch nicht jeder kämpfen Tam 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 Ne das muss ja nicht sein Aber Fakt Warte mal Techniken Hier Klinge runter Gib den Nehmen wir mal hier Ach du Kann ich nur einen Ne Möchte jemand von euch kennen Oh wow Nicht geblendet Aber jetzt hab ich Ich dachte das wäre Elaine Das ist gut Ah doch die sind geblendet Sehr schön Ja Da siehst du mal wie scheiße Dass das wohl nix sehen kann Wahrscheinlich treffen die auch noch Im Gegensatz zu mir Komm her Jawoll Komm mal nach Yes Sehr gut Nein Nicht die Technik machen können Ach egal Wuhu Waren das jetzt beide Gegner Wahrscheinlich nicht Das war nur einer mit vier Oh geil Seelen War klar Fuck älter Greedy Yes Wir sollten vielleicht einmal Nein Ach nee Ich wollte die normale Hallo Ja Alter Der wie ein Sau Oh juckö Bluttränke So Braucht kein Schwein Ich mach mal was hier Wo man sich Daran lahmen könnte Nein Passt schon Boah ich würde hier einfach Einen Cut machen Immer wenn es spannend ist Dann werde ich einschalten Das glaube ich Wann ist besser Boah komm Sag ich was Kommt hier so ne Scheiße Puhu Ganz schön heiß Ja unten Das muss jetzt Ebene 2 sein Diese Höhle scheint Ziemlich variantenreich zu sein Ja tolle Karte Och nö Und unten ist die Tür Wäre aber schöner Wenn da unten schon Der Truppen soll wäre Dann würde ich nicht so viel Meckern Also ich glaube ich schon Aber Fick Junge Du bist nicht blind Was soll denn der Shit Technik hier Klingelrunde Oh verfehlt Kinder ist was los mit euch Also ihr kannst ja keinen Tannenbaum aufstellen Der verpufft auch sofort Hier halten sich wahrscheinlich die ganzen Frauen auf Na was ist denn schon mal anders Wie in der Hölle Komm Klatsch kaputt Komm 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 Gib dem Jungen mal richtig Gnadenstoß Okay kein Gnadenstoß Aber gib ihm einfach Kopf ab Nice Ja Blubdeckboden Schon verstanden Ich putz es nicht Och nö Ist das jetzt so ein Türenrätsel Oh fuck you Guten Tag Guten Tag Ho 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 Ich Bäume Messerchen Wurfmesser Nyria Lässt grüßen Meins Uh Errash Wat Errash Chroniken Errash Läuft bei mir Band 2 Die Quellen sind sich über den Ursprung der Errash unanlich Manche erwähnen ein kleines Dorf namens Tartalus Andere beziehen sich auf die längst vergessene Weltstadt Archmestor Mestor Einig ist man sich lediglich darüber Dass sie erst zu einer wirklichen Bedrohung wurden Als sie nach unzähligen Menschen Verachtenden Experimenten mit Magie herausgefunden Wie man mit Seelen anderer Leben bewesen Verschmilzt und so Zu etwas Unheiligem Etwas Dämonischend wird Ja Das ist doch genau das Was wir in dieser einen wunderbaren Ich inzwischen fast Folge gesehen haben Wo ich auch so den Völterspielstand geladen hatte Aber nicht Neun Egal Komm Bist du Magier Ihr wart ja nicht so stark Oder du bist so ein Kommandentyp Na das ist nicht gut Du siehst nicht aus wie ein Krieger Von der hier Von der Genossenschaft Oh Das war ein schöner Schlag Der war nicht so schön Nein Kriegen runter Nein Das ist nicht so Und nun los Ähm Embers Ein Wasserfall aus Lava Ob der natürlich ist Ich würde sagen nein Ich glaube schon Aber wenn nicht Würde es zu Aaron passen Dass er die beste Marke des Clans Lieber die Optik seiner Karrieren Aufpolieren lässt Als sie in den Kampf zu schicken läuft Schön Dieser Almeerko musste sein Ai weh Oh Hier sind wahrscheinlich ein paar Tote Wir ehren alle tapfen Männer und Frauen Die im Sander der Zeit Ihre Leben für die Heiligen Und gerechte Sache gelassen haben Ihr wart Krieger Ihr wart Helden Ihr wart wahre Menschen Lel Und weiter geht's runter Ebene 3 Eis Kein Wunder Dass der Clans der Heiligen Krieger Hier einst gegründet wurde Er ist klarer Dann Eis und Wasser Diese Kasuerne Ist doch nicht normal Immer wenn man denkt Man hat schon alles gesehen Fucking Drecks Dekorative Fuck Magier Alter Shoot Ich hoffe hier geht's weiter Oder ist hier wieder nur ein Packlager Ey Es ist bloß im Bettenraum Geht in sie Ah gut Sie müssen stuff Speichergeschneidung Boah Alter sag ich nicht Nein Die Tote war geil Keine Bücher zum Lesen Keine Tränke Die man sich so mitnimmt Einfach nur Dekoration Okay Okay Jetzt muss ich einfach den Weg finden Ah Ist schlecht Aber hier Hier haben wir wieder ein Knieger Irgendwann du willst gedodged werden Hab ich gehört Geil Hat jetzt die der Nyria Schwert der Gerechtigkeit Nyria Führerin des Schlosses All Deines Nee da bin ich da Adelaines Keine Ahnung Oh da unten sind Kristalle Da ist Asmos Eisruhen Es war schön Dass sie dann Nyria Also die Kristallfarmer Mit integriert haben Obwohl sie jetzt quasi Sie als Verräterin Rausgestellt haben Ist das ein Trainingslager Nicht ein Eraskob Der ist noch frisch Die siegen Soldaten halten Wo große Stücke Aufs täglich trainieren Ich wünschte Unsere Tritten Wären so motiviert Ja Was ist das Da hast du nichts zu Oh Oh Hallo Das nenne ich mal Eine Statuette Das Gebiet ist schick Ich will mich ja weiter in Ruhe umgucken Das Problem ist aber Die ganzen Penner hier rumlaufen Wir wollen fighten Oh Gott Geld steckt nicht Ach die Jule habe ich gar nicht gesehen Oh perfekt Hier geht es wieder nach unten Gehe ich nach? Nein? Bin ich gut Oder muss ich hier meine Dodge Skills rausholen Sonne wird auf Ebene 4 War Zwei Ebenen noch Was haben wir jetzt? Bisschen Navi? Eine fucking Fee Alter jetzt trifft die Wasser auf Lara Das glaube ich jetzt nicht Langsam verstehe ich Was Aaron an der Kaverne findet Dramatischer geht das wohl kaum noch Lava und Wasser nebeneinander Wie geht denn das? Höchstwahrscheinlich Magie Ich kann mir nicht vorstellen Dass die Natur sowas alleine zustande bringt Obsidian Alter Hört auf Dieses muffige Sehr sehr tiefe Loch zu bewundern An dem Schloss ist immer noch schöner Weiter geht's Ach Aska Aska da Oh shit Da ist ne Statue von Beatrice Und da komme ich mit durch Elitekrieger Wir werden euch hier nicht durchlassen Vampire Clans Verräterinnen Wir dürfen nicht Wenn du wusstest Wie viele eure Soldaten Sowas ähnliches schon gesagt haben Wir gehen nicht in Federn Und ich hätte vorsprechend sollen Uns mit diesem Verweichlichten Burgwachens vergleichen Vampir Oh fuck it Wenn diese drei drauf sind Die die anderen waren Dann schaffen wir das Komm die machen wir hier noch kalt Dann speichere ich sich erstmal nochmal Ich habe ja fünf Speichersteine Den Rachen geschenkt Geworfen bekommen Keine Ahnung Ach fuck Und doch Ich hätte mich schon wieder verklickt Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Dann würde ich auch den Part an dieser Stelle beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und gucken dann, dass wir ihr mit den falschen Herren, die ja scheiß drauf und die anderen Platz machen. Bis zum nächsten Mal, habt ihr Spaß, mai!